Was ist die Belohnung und Verlust der Christen? Es gibt sehr viele Ansichten über die Belohnung und den Verlust der Christen, wovon die meisten nicht auf der Grundlage der Heiligen Schrift stehen. Die Belohnung Gottes wurde damit zu etwas Nebulösen, zu etwas, was man weder fassen noch beschreiben kann. Immerhin wird glücklicherweise noch die Erlösung in Jesus Christus gepredigt, die das grösste Geschenk Gottes ist. Jesus Christus ist in Wahrheit das grösste Geschenk Gottes und das zentrale Thema in der Bibel. Wer Christus ergriffen hat, hat alles. Wer Christus nicht hat, hat gar nichts. In einen Satz gepackt kann man das so sagen. Gott spricht aber auch von einer Belohnung. Diese steht auch auf dem Fundament, auf dem der Christ steht. Sie steht ebenfalls auf Jesus Christus, der alles in allem ist. Sie erwächst aus seinem Leben, an dem wir seit unserer Bekehrung teilhaftig geworden sind. Diese aus der Beziehung mit Christus herauswachsende Belohnung oder in allen Teilschritten ausgedrückt, diese aus der Beziehung mit Jesus Christus herauswachsenden Früchte in unserem Leben bringen einen großen Lohn mit sich. Wer diese Früchte nicht bringt, handelt sich einem Verlust ein. Diesen Lohn bzw. diesen Verlust möchte ich näher beleuchten. Ich wiederhole mich. Ich möchte den erwähnten Lohn beleuchten, welchen die aufkommende Frucht mit sich bringt und den Verlust betrachten, welcher uns ausstehende Frucht beschert. Die Belohnung und der Verlust eines Gottesmenschen ist sehr gross in der Bibel thematisiert. Das ist ein sehr grosses Thema in der Bibel, das heute leider nur noch ein Mauerblümchen-Dasein in den Predigten fristet. Es wird kaum noch gelehrt und es wird oft mit Dingen vermischt, die damit gar nichts zu tun haben. Um ein Beispiel zu nennen. Jesus Christus verspricht der Gemeinde in Philadelphia, die ihre Aufgaben exzellent meisterte, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, gesamthaft als Belohnung die Bewahrung vor der kommenden grossen Trübsal. Also, der Gemeinde in Philadelphia wurde versprochen, sie müsse nicht durch die grosse Trübsal hindurchgehen. Daraus leiten einige ab, dass jedem wiedergeborenen Menschen die Belohnung vor der grossen Trübsal entrückt zu werden, zusteht. Das ist natürlich falsch. Nur weil der besten der sieben Gemeinden diese Belohnung angekündigt wurde, gilt sie natürlich nicht automatisch für alle Christen, insbesondere nicht für solche, die sich nicht von der Welt absondern und unheilig leben. Die Bibel lehrt klar, dass wiedergeborene Kinder Gottes, die weltlich leben, auch teilhaftig an den Gerichten sein werden, die in naher Zukunft über diese Welt kommen werden. Als kurze Einführung verweise ich auf Jonathan, den Sohn Sauls, der den David zwar lieb hatte, aber nicht in seiner Verwerfung leben wollte. Jonathan wollte lieber die Annehmlichkeiten des sündigen Königshauses seines Vaters Saul geniessen. Er steht als Gleichnis für einen Christen, der die Welt liebt. Als das Gericht über das Haus Sauls hinwegfegte, raffte es den Jonathan, den Freund Davids, auch weg. Aus diesem Grund warnen uns der Apostel Paulus sowie der Apostel Johannes vor dem Zustand, in dem wir wie Jonathan zusammen mit den Bösen dieser Welt umkommen könnten. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. 1. Korinther 11, 32 Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. 1. Johannes 2, 28 Der Vater leitet Massnahmen ein, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Und er möchte nicht, dass wir bei seiner Ankunft beschämt werden. Nun sagen sich viele Christen und auch viele christliche Lehrer, diese Aussagen würden sich auf die Bekehrung beziehen. Vor der Bekehrung wäre der Mensch im Zustand, unter das Gericht der Welt zu kommen. Und nach der Bekehrung wäre der Christ im Zustand, nicht unter das Gericht der Welt zu kommen. Diese Aussage ist im Grunde richtig, aber sie muss weiter verfeinert werden. Sonst sagt sie aus, dass Gott ungerecht wäre. Die absolute Aussage, ein Christ könne nicht mehr unter ein Gericht kommen, ist nicht biblisch. Sie stellt Gott als einen Gott dar, der einem gehorsamen Sohn mit dem ungehorsamen Sohn gleichstellt. So ist Gott aber nicht. Gott macht einen Unterschied zwischen dem gehorsamen Sohn und dem ungehorsamen Sohn. Wie geschrieben steht. Malachi 3, Vers 17 Viele Christen sehen in diesen Versen den Ungläubigen im Ungerechten und den Gläubigen im Gerechten. Sie sehen automatisch im Sohn, der dem Vater dient, den Gläubigen und können nicht fassen, dass es wiedergeborene Christen gibt, die Gott nicht dienen. Diese Betrachtungsweise ist falsch. Sie entspricht nicht der Bibel, die viele Beispiele von Menschen aus dem Volke Gottes anführt, die vom anfänglichen Dienst in die Untätigkeit gefallen sind. Die Bibel spricht von gläubigen, wiedergeborenen Menschen, die Gott nicht dienen und so unter ein Gericht fallen, gegenüber denen, die Gott dienen und dafür, wenn auch immer noch unverdient, eine Belohnung erhalten. Der dazu am einfachsten verständliche Vers steht im 1. Korinther, Kapitel 3. Paulus, der Apostel Jesu Christi, schrieb Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber seht zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 11 Paulus spricht vom Grund, der Jesus Christus ist. Zuerst muss dieser Grund im Gläubigen gelegt sein. Sonst kann ein Mensch gar nicht Christ zum Kinde Gottes werden. Wir sprechen hier im 1. Korinther 3 also nicht von Ungläubigen und Gläubigen. Wir sprechen nicht von zwei Personengruppen, sondern nur von einer einzigen, von den Christen. Der Grund, Jesus Christus, muss gelegt sein. Danach, wenn er gelegt ist, passiert Folgendes. Man baut auf diesen Grund die Werke des Lebens. Um etwas vorzugreifen, kann gesagt werden. Die einen bauen in enger Verbindung zu Gott, die anderen bauen nach Gutdünken, wie geschrieben steht. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wir Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Der Vers 15 sagt nebenbei aus, dass der Christ die Kindschaft nicht verliert. Sie gründet auf dem Fundament, das Christus gelegt hat. Dieses Fundament ist unerschütterlich. Wir können unsere Errettung nicht verlieren. Sie wird uns als Geburt vorgestellt. Wir werden zu Kindern Gottes geboren. Eine Kindschaft kann man nie verlieren. Wir stammen von unseren Eltern ab, selbst wenn die das am Ende abstreiten würden. Die Abstammung kann nicht ausgelöscht werden. Hingegen kann die Erbschaft annulliert bzw. gelöscht werden, womit wir wieder mitten im Thema sind. Nehmen wir als Beispiel eine Familie mit zwei Kindern. Das eine Kind ist folgsam, das andere bereitet den Eltern nur Verdruss. Das eine Kind hilft, den elterlichen Hof aufzubauen und zu stärken. Das andere hilft nicht mit und lungert mit Bösewichten im Dorf herum. Wenn es zur Erbschaft kommt, wird ein gerechter Vater das ungehorsame Kind enterben und das gesamte Erbe dem volksamen Kind übertragen. So wird es sein bei der Abrechnung vor dem Richterstuhl des Christus. Die faulen Christen werden nicht verloren gehen. Sie werden wie durchs Feuer hindurch gerettet sein, ohne jeglichen Lohn. Sie bleiben aber Kinder. Die Fleissigen werden das Erbe Gottes erhalten, das Gott denen bereitet hat, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Um das in der Tiefe zu verstehen, sollten wir in einer ersten Phase die Gleichnisse der Talente und der Pfunde kennenlernen, welche ich in einem bereits vor einigen Monaten veröffentlichten Film vorgestellt habe. Wenn Gott es will, werde ich in späteren Botschaften das Thema die Belohnung und der Verlust der Christen anhand von weiteren Beispielen beleuchten. Die Bibel ist voll davon, wie zum Beispiel Abraham gegenüber Lot, Jakob gegenüber Esau, der Stamm Levi gegenüber den übrigen Stämmen, Kaleb und Joshua gegenüber den übrigen Kundschaftern, David gegenüber Jonathan, die Generation des Volkes in der Wüste, die nicht in das verheissene Land kommen konnte, die Söhne Zadoks gegenüber den übrigen Priestern. Dazu kommen all die vielen Hinweise im Neuen Testament, wie die zwei Schärflein der Witwe gegenüber den grossen Einlagen der Reichen. Wir lesen auch in Offenbarung 3,11, dass es möglich ist, unsere von Gott erhaltene Krone wieder aus der Hand zu geben. Belohnung und Verlust ist ein sehr grosses Thema in der Bibel. Belohnung und Verlust ist keine Erfindung von mir. All diese Beispiele und viele mehr zeigen, dass Gott dienende Christen mehr belohnt als solche, die nicht dienen, ganz unabhängig von den Lehren, die sie bis heute gehört haben. Wenn sie bis heute anders unterrichtet wurden, bleibt das, was sie gehört haben, eine falsche Lehre, auch wenn sie von dieser Lehre bereits seit 20 Jahren begleitet werden. Als der König Jerobeam nach der Reichsteilung die verbotenen Kälber in Bethel und in Dan aufgestellt und Israel so zur Sünde verführt hatte, blieb die Anbetung dieser Kälber Sünde, auch nachdem 200 Jahre darüber verstrichen, waren. Der Prophet Gottes hätte mehr Überzeugungskraft benötigt, wie ich heute mehr Überzeugungskraft benötige, da sehr viel Bibelverständnis verloren gegangen ist. Wenn ich von der Belohnung und vom Verlust der Christen spreche, werde ich oft mit grossen Augen angeschaut, die mir sagen wollen, ich sei ein Außerirdischer mit einer völlig neuen Lehre. Die Lehre über die Belohnung und den Verlust des Christen ist aber keineswegs neu. Sie ist so alt wie die Schrift selbst. Betrachten wir nun die grundlegenden Gleichnisse im Neuen Testament zu dieser Thematik. Wie erwähnt, hatte ich bereits in der Vergangenheit einen entsprechenden Film zu diesen beiden Gleichnissen produziert, welche einen idealen Einstieg bilden. Ich wünsche Ihnen Gottes Hilfe zum Verständnis der folgenden Filmminuten. Amen. Die Feststellung, Christus habe schon alles gemacht, stimmt in Bezug auf unsere Errettung. Die Errettung durch ihn ist unerschütterlich. Die Grundlage der Sündenvergebung und die Grundlage der Gotteskindschaft sind gelegt. Sowie der völlige Triumph über den Feind ist sicher. Da gibt es nichts hinzuzufügen und daran herumzuschrauben. Für den Gläubigen gibt es aber nichtsdestotrotz noch viel zu erledigende Aufgaben im Hause Gottes. Zu diesem Dienst sind wir berufen und glückselig ist jeder, der sich dazu bewegen lässt. Hören wir, was die Bibel über den Dienst im Reich sagt. Ich lese zuerst eine Passage aus der Bibel, welche den Fokus auf die Treue legt. Gottesdiener sollen seinen Fähigkeiten, sollen ihren Fähigkeiten treu sein und er soll nicht darüber hinausgehen. Denn es ist wie bei einem Menschen, der ausser Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. So auch der die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben, siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechselern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äussere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Ich lese jetzt eine Passage aus dem Lukas-Evangelium, in der es um den Fleiß eines Dieners geht. Vorhin hörten wir ein Gleichnis in Bezug auf die Treue. Ich werde nachher noch etwas näher darauf eingehen, auf die Unterschiede. Zitat im Lukas. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was sein jeder erhandelt habe. Der Erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, Recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Und der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat fünf Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über fünf Städte. Und der Andere kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das sich in einem Schweißtuch verwahrt hielt, denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu den Dabeistehenden, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat ja schon zehn Pfunde. Ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Lukas 19, 11 bis 26. Vergleichen wir die beiden Gleichnisse einmal miteinander. Matthäus 25 mit Lukas 19. Matthäus 25 setzt den Schwerpunkt auf die Treue. Lukas 19 setzt den Schwerpunkt auf den Fleiß. In Matthäus 25 werden die Talente nach individuellen Fähigkeiten vergeben. Wer mehr Fähigkeiten hat, bekommt mehr Vermögen vom Herrn. Im Lukas 19 startet jeder mit genau gleich viel Vermögen des Herrn, nämlich genau mit einem Pfund. In Matthäus 25 wer treu mit dem Vermögen des Herrn umgeht, wer das Vermögen des Herrn vermehrt, erhält die genau gleiche Belohnung, den Eingang in die Freude des Herrn. Im Gleichnis im Lukas 19, wo der Fleiß beleuchtet wird, ist die Belohnung entsprechend dem Fleiß, den der Arbeiter anwendet. Wer mehr arbeitet, bekommt mehr. Maximaler Einsatz wird lobend erwähnt, durchschnittlicher nicht. Bei dem, der zehn Pfunde erwirtschaftet hatte, am Ende, der wird gelobt. Der fünf Pfunde hatte, dem wird einfach seine Belohnung zugemessen. In beiden Gleichnissen wird Faulheit hart sanktioniert. Wir sehen in Matthäus 25 auch sehr schön die Gerechtigkeit des Herrn. Wer viel zu tragen vermag, wird gegenüber einem anderen, der nur wenig tragen kann, nicht bevorzugt. Wenn beide treu waren in ihren Aufgaben, haben beide genau die gleiche Belohnung. Wer aber grundsätzlich mehr Fleiß aufbringen will, zeigt Lukas 19 wieder die Gerechtigkeit des Herrn. Wer fleißiger ist als der andere, bekommt entsprechend dem, was er gearbeitet hat, auch die Belohnung. Wer viel gearbeitet hat, bekommt eine größere Belohnung wie jemand, der wenig gearbeitet hat. Bei dem, der zehn Pfunde hatte, ist bemerkenswert, dass er gelobt wird vom Herrn. Recht so, du guter und treuer Knecht. Bei dem, der nur fünf Pfunde dazugewonnen hatte, sagt der Herr einfach nur, und du sei über fünf Städte. Regent über fünf Städte. Wir sehen schon einen riesen Unterschied. Der Herr hat Freude an Fleiß. Fleiß ist eine Tugend. Wir sollen lernen von der Ameise, heißt es in der Bibel. Fleiß ist eine Tugend. Und deshalb wird der, der am Ende zehn Pfunde hat, gelobt. Der mit fünf, naja, er hat etwas gemacht, aber es hätte besser sein können. Und wieder die große Warnung gegenüber dem, der nichts gemacht hat. Er wird sehr hart bestraft. Es ist nicht gut, also, wenn wir uns auf die faule Haut legen und sagen, die Hauptsache sei, dass wir errettet seien. Das ist ein komplett verkehrter und egoistischer Ansatz. Das sagen nur solche, denen es völlig egal ist, wenn anderen nicht geholfen wird. Benötigen faule Diener aber selbst einmal Hilfe, wird die Gemeinde schnell von ihnen angeklagt, falls die Unterstützung nicht sofort anläuft. In beiden Gleichnissen in Matthäus 25 und Lukas 19 ist der Herr überhaupt nicht erfreut über den darin vorkommenden faulen Knecht. Wie erwähnt, der Faule wird voll zur Rechenschaft gezogen und empfindlich gestraft. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Der Herr hat es uns vorausgesagt. Lassen Sie sich keinesfalls durch faule Christen beeindrucken. Arbeiten Sie in aller Stille in der Abhängigkeit Gottes an den ihnen übertragenen Themen und Pflichten, ohne damit zu protzen, wie Jehu, der seinen Eifer zur Schau stellte, aber grob fahrlässig die Kälber in Bethel und Dan stehen ließ. Er brillierte nur im Auftrag, welcher seinen Eifer für den Herrn ins beste Licht rückte. Was der Sache des Herrn noch mehr gedient hätte, ließ er unerledigt, was durch den Geist in der Heiligen Schrift kritisiert wird. Halten Sie sich an die folgenden grundsätzlichen Punkte. Erstens, Christus wünscht sich, dass seine Brüder und Schwestern nach und nach in die Arbeit eintreten, wie wir es aus den Gleichnissen aus Matthäus 25 und Lukas 19 sehen. Er wünscht sich, dass nicht nur erfordert eine Mitarbeit. Zweitens, der Dienst muss aus der Abhängigkeit Christi herausgeschehen, denn es heisst, wir könnten ohne ihn nicht wirklich etwas vollbringen, wie wir es aus der Stelle Johannes 15 wissen. Ohne ihn können wir nichts Bleibendes tun. Zitat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5 Der Diener soll dort stehen, wo Christus steht. Nichts soll auf eigenem Vorhaben gründen im Dienst, wie ebenfalls geschrieben steht. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo auch ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Johannes 12,26 Dieser Vers stützt noch einmal den ersten Punkt. Auch der Vater freut sich über dienende Christen. Sie werden sogar vom Vater geehrt werden. Drittens, in Unreinheit dienen zu wollen, ist völlig zwecklos. Wer an Sünden festhält, aber Gott dienen will, soll sein Vorhaben sofort wieder vergessen. Denn Gott will keine willentliche Sünder vor sich sehen. Er stellt keinen solchen in wirkliche Dienste. Zitat, Meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. In meinem Haus soll nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Psalm 101,6-7 Diesem Schriftwort ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Jeglicher Dienst in unbereinigter Sünde ist völlig nutzlos vor dem Herrn. Und viertens ist noch zu bemerken, dass Neubekehrte nicht sofort in Schlüsselpositionen, in Aufseherrollen gesetzt werden sollen. Damit sie nicht aufgebläht in die Falle und das Gericht des Teufels tappen, wie es Paulus im ersten Timotheusbrief anordnet. Es gibt noch viele weitere Stellen, die den Dienst im Reich und den Fleiß als sehr gute Tugend beleuchten. Sie dürfen sich sicher sein, Gott freut sich über jeden Christen, der sich von ihm willig anstellen lässt und fleissig ist. Lassen Sie sich anstellen und fragen Sie vor jeder Entscheidung den Herrn, wo er sie haben möchte, damit Sie alle Zeit am richtigen Ort stehen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Sonntag.